Hi, ich bin Sebastian Trimborn und Vize-Europameister im 24-Stunden-Mountainbike. Seit meinem siebten Lebensjahr fahre ich Mountainbike und seit zwei Jahren betreibe ich den Sport professionell. Auf diesem YouTube-Kanal möchte ich euch meine Faszination zum Bikesport näher bringen. Ich nehme euch mit zu meinen Rennen, erkläre grundlegende Dinge in Tutorials und gebe euch Tipps, damit ihr schneller Biken könnt. Wenn auch du leidenschaftlicher Radsportler bist oder mich einfach nur auf meinem Weg begleiten möchtest, dann werde Teil der Community und abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.